jo moin moin meine freunde sorry die aufnahme ist gerade abgeschmiert deswegen wir waren gerade auf der suche nach schafe oder was zu essen halt und da ist mir halt mal kurz die aufnahme abgeschmiert deswegen fange ich jetzt noch mal neu an und ja aber so ein richtig geiles sandbion das wäre auch nicht schlecht es ist nicht zu groß aber auch nicht zu klein aber irgendwo hier müssen doch schafe sein wir konnten einfach erstmal wir haben ja eh noch nicht so viel gemacht wir haben hier bloß holz und sowas geholt und hier haben also ich habe mir überlegt in den berg zu bauen aber stimmt ja wenn wir hier was besseres finden dann werden wir hier bleiben ich habe da eh noch nichts gemacht ich bin da bloß ein bisschen reingegangen dreiche blöcke und mehr eh nicht ich suche jetzt das ist eigentlich bloß hier schafe aber ich finde hier keine außer ich habe zombies bis jetzt gleich eine gute Idee oh geil was zu essen lecker schweinefleisch ach ja wie gesagt ich habe jetzt kein thema rausgesucht extra für euch ich mache ja eh gleich wieder los denn wir treffen uns ja bald also gleich ich und ein paar kollegen gehen mit dem fußball spielen mal gucken ob ich das ein bisschen aufnehmen werde mit meiner handykamera aber ich denke es mir eher nicht lasst euch einfach mal überraschen vielleicht wird es vielleicht doch nicht weiß noch niemand so genau muss erst mal mit meinen kollegen reden ob ich das überhaupt machen darf aber stimmen die sagen bestimmt ja denn weitloh ist einfach noch geil das können wir endlich mal wieder ohne sprinten hier es wird aber schon wieder ganz schön dunkel so jetzt solltet ihr das auch besser sehen hier ist wieder eine schlucht wie geil ist das denn ich glaube hier bleiben wir also hier in der nähe davon zumindest ok hasenbeich gibt es hier kein einziges schaf oder was es kann doch nicht sein dass es hier keine schafe gibt aber Zuckerrohr gibt es hier das ist schon mal sehr gut wartet ne so das spiegelt nicht zu sehr immer noch aber naja was soll man machen oh wir haben noch eine wüste gefunden da sind spinnen das ist ganz tief runter das ist sehr gut dass wir hier spinnen gefunden haben denn aus denen hier einen Faden können wir ja auch wolle machen komm her zu mir ich mach dich kaputt ey ich saß hier ich mach dich kaputt ich bin es ist oh jetzt wird mein Handy schon wieder ich schreibe den anderen ja mal bitte jetzt nicht schreiben wenn ich gerade aufnehmen was machen die schreib mich einfach an meine Güte ey bin ... bin sehr mit zwei Schlagen mit nem Holzsplärene, alter mit zwei Schlagen mit nem Holzsperren, alter oh nee oh nee bisschen Sand so, wie viel fahren noch mal.. drei wir haben das jetzt bloß drei Fäden Das ist ein bisschen Schlacht. Oh ja, komm her, ein kleiner Zombie. Komm, ich stelle, ich habe mal nachgekommen. Gedreckt, Junge. Gedreckt. Ne. So, noch ein bisschen Sand. Das ist sehr gut. Ich will es noch nicht, ob ich was mit Sand baue oder noch nicht. Aber ich denke es mir eher. Scheiß, jetzt habe ich vergessen, wenn ich anfangen habe mit aufnehmen. Ach, scheiß drauf. Kurz mal, vielleicht mit 20 Minuten Folge oder sowas. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, weil hier ist Lava. Äh, ja. Vielleicht werde ich mich auch... Vielleicht suche ich mir ein Dorf und werde da mal ein bisschen... Aufräumen und sowas. Mir ein schönes Dorf bauen. Wollte ich ja eigentlich bei der Anderen nicht machen, aber die ist spurlos verschwunden. Keine Ahnung warum. Die ist auf einmal weg gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du eine neue extra für YouTube. Dass ihr was zu gucken habt. Und dann läuft die Schabfragge hier wieder rum. Oh nein. Mein Schein schwarz ist... Ach, mein Hünsch war das kaputt. Oh. 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 Ne, ich werde sterben. Weg hier. Luft. Wir sind überlegen, jawel, 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 oh komm schon, bitte, 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 bin doch nicht zurück, man, das ist nicht cool. Das geht's doch gar nicht, oh Leute, ach so, ich dachte, das wären Häuser gewesen, Alter, dabei waren es bloß Bäume, ich brauch was zu essen, ich lauf jetzt einfach durch, man, mir ist jetzt scheißegal, ich muss irgendwie die Nacht überleben, wenn nicht, ist ja auch egal, also wir nehmen vorne wieder an unseren schönen Haus, hoffe ich, dass wir da wieder spawnen, weil da gab es genügend Tolls und alles, aber ich suche ja eigentlich bloß Schafe, was, ich hoffe, ich habe keine Oha Uhu, ZOMBIIIIIIIIIIIII Ich kann mir schon vorstellen, mit einer Karte oder irgendwas richtig geiles zu bauen, aber ich finde hier keinen passenden Ort oder sowas, wo halt wirklich viele Tiere sind, wo ich was zu essen habe. Ja. Oh, der hat eine Eisenschaufel. Ich habe einen Duft gefunden, jawohl. Mit einer Schmiede. Das ist schon mal sehr gut. Ein Glück. Da haben wir doch noch den passenden Ort gefunden, um was zu bauen. Also wir müssten besser, Alter. Richtig geil. Musik, Bombe, alles kostenlos ist auch richtig geil. Zack, zack. Oh, was zu futtern und eine Eisenhose. Jawohl. Sehr nice. Und noch größer da, ja. Und noch größer da, ja. Zweidens. Musik. 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 Oh, ne. Nein. Oh, ja, genau. Jetzt geht hier noch alles kaputt, oder was? Alter. Ich mach dich mit meiner Hand kaputt, ey, Junge. nodne du gar nicht mal, nein. Keifeln, weg hier weg hier weg hier, weg hier weg hier, weg hier weg hier weg hier. Erstmal in Sicherheit, ey, vor diesen Arschlöchern, die mich stülten wollen, jetzt noch ein Wort hinterher pfeifen. Ja, jetzt kannst du sterben, Junge. Genauso wie du, Alter. Ja, okay, das wird schon wieder auffüllen. Es war nicht so gewalt. Boah, du kleiner Junge. Stör euch alle. Schöne XP, aber das sind schon die Schlechte. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Bist du mich verarschen? Oh, das war diese Wand. Das war die falsche Turnier. Kann ja jeden mal passieren. Da baue ich mir jetzt hier richtig fett so ein riesen Gebäude. Meinst du schon? Hier wird schon noch durchgeführt. Das wird so richtig fett. Fuck, ich hätte da einen Setzlinge mitnehmen sollen. So, auf jeden Fall ziehe ich hier schon mal rein. So, dass hier mal ein Glück größer wird. Oh ja komm, renn mir halt durch. Genau. Das wird bloß dann erflogen. So. Ah genau, da sind wir auch noch eins. Aber hier hab ich ja noch. Ach, ich hab mir eins gemacht. Geh weg. Oh, es sind zwei Schläge. Alles klar. Zack, 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 zack. Ein so, ein so, ein so. Geh ich ja noch mal ein Blöds holen. Geh ich ja noch mal ein Blöds. Ich bin, 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 ich bin. Geh ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, du, 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 du unbato, du, wenn du einen duierst? Ja kann man bitte feststellen, Mitarbeiter mitnehmen,. Ja okay, ähm, ich würde sagen das war es erst mal. Ja das war es erst mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, haut's rein. Euer Max.